Leute 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 Ein neues Musikvideo ist draußen wenn nicht sogar das wichtigste Musikvideo was seit langem in Deutschland rausgekommen ist. Das wahrscheinlich am meisten wellenschlagendste Video was es im Deutschrap wahrscheinlich je gegeben haben könnte. Der Künstler dieses Videos selbst behauptet es wäre das wichtigste, emotionalste und beste Musikstück was er in seiner gesamten Karriere je hervorgebracht hat. Und ich habe nur ganz kurz reingehört weil ich die Reaktion auf das Video so authentisch wie wirklich jetzt halten möchte. Und ich sage euch die ersten Sekunden die haben mich absolut umgehauen. Wirklich. Ich weiß nicht wie ich anfangen soll über dieses Video zu reden. Ich weiß nicht wie ich anfangen soll irgendwelche Worte darüber zu verlieren was mir in den ersten 10-15 Sekunden die ich das Video gesehen habe welche Gedanken in meinem Kopf durchschießten. Ich weiß es ist nur ein Musikvideo. Die meisten werden vielleicht sagen so kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber der Künstler nicht jedermanns Sache ist und er super polarisiert und halt ja nicht immer das beste Vorbild und nicht immer der Vorzeigekünstler Nummer 1 war in Deutschland. Man muss ihn einfach als Künstler respektieren für das was er dort abgeliefert hat. Punkt. Das Video hat in wenigen Stunden die eine Million Marke geknackt was unglaublich ist und eigentlich auch schon dafür spricht dass dieser Künstler entweder mega polarisierend sein muss was er ja ist oder dass das Lied ein Brett ist. Ohne weiter auszuschweifen es geht natürlich um das neue Musikvideo von Bushido aka Enes Mohammed Yusuf Feshishi. Okay ganz so exotisch muss man jetzt auch nicht aussprechen. Und der Titel des Liedes spricht bereits Bänder. Der Titel des Liedes heißt Papa. Ich hab gern gesagt. Ich weiß dass jeder Sanges mitbekommt, auch wenn ich versuch euch dran zu hindern. Ich weiß ihr hört es von den anderen Kindern, hört es von den anderen Eltern, wenn sie reden. Oft im Spiel das andere Papas tragen keine Jogginghosen oder Sneaker. Seit meinem ersten Text bin ich bei ihnen verrufen. Die sind die bösen wie die guten. Ach du Scheiße sind das seine Kinder. Zeigt er grad das erste Mal aller Zeiten wie seine Kinder aussehen. Die sind die bösen wie die guten. Und Papa ärgern ist, was sie zufrieden macht. Sie wollten uns schon alles nehmen. Sogar euren Kitaplatz. Alle unsere Autos, die Computer, unser Haus und Garten. Deshalb müsst ihr rennen. Die Polizei kommt immer draußen. Warum machen alle Leute mit Papa ein Wodeln? Der ist doch nur mein Papa. Nur meiner. Papa, wo bist du denn? Bist du schon wieder ins Studio? Boah, fuckerle. Wo bist du? Und ich kann nicht schlafen. Ich liebe dich zur Seite. Du bist mein Ein und Alles. Oh, shit. Oh, shit. Das ist echt heftig. Boah, ich heule schon wieder warm. Was ist hier los? Oh, nee. Ach du Kacke. Boah, der ist heftig. Der ist... Alter. Alter, ich fühle mich glaube ich so ein kleines Baby. Oh, fu, 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 fu. Ich kann gerade noch nichts dazu sagen. Ich wollte so viel in dem Song sagen, aber das hätte es kaputt gemacht, wenn ich einfach die ganze Zeit quatsche oder immer was dazwischen. Ich muss mir mal noch ein, zwei Szenen angucken. Der Anfang und ganz am Ende, diese Voice-Mitschnitte, das hat mich umgebracht. Wirklich, da sind die Tränen gekommen. Ich gebe es zu. Und man hört es. Man hört es, wie authentisch es ist. Man hört, dass es seine Kinder sind. Man sieht seine Kinder. Das müssen seine Kinder sein, Alter. Das ist so krass. Was für ein Risiko er damit eingeht, diese Kinder zu zeigen, heftig. Aber es ist so emotional, es ist so pur, es ist so... Diese eine Stelle kommt mir auch noch im Blick. Dieses Bild einfach, wie er mit seiner Tochter da mitten auf der Straße steht, sie mit dem Rad in dieser, in dieser Familiensiedlung. Und er so Kopf an Kopf oder beziehungsweise Stirn an Stirn gehalten. Das ist so ein ausdrucksstarkes Bild. Es ist heftig, heftig, heftig. Ich werde gerade wirklich emotional. Das tut mir leid. Ich muss mir das nochmal angucken, vor allem die anfangen. Ein ganz guter Rapper. Ein ganz guter Rapper. Oh Gott, ist das süß. Oh Gott, ey. Die Bilder, das ist der Hammer, wie gut sie das gemacht haben. Das ist sein bestes Video, wirklich. Das sage ich so, wie es ist. Sein bestes Video bis jetzt. Oh Gott, dieses Bild. Oh Gott, dieses Bild. Ich kann komplett nachvollziehen, warum er gesagt hat, das ist sein krassestes, emotionalstes und bestes Stück, was er je gebracht hat. Und es ist so. Es ist einfach so. Ich muss es bestätigen. Vielleicht liegt es an dem Thema. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit dem Typen groß gewohnt bin. Da der deutsche Rap entstanden ist, muss man ehrlich zugeben, ob das den Leuten gefällt oder nicht. Aber er war mit dafür verantwortlich. Ich sage nicht alleine, aber er war dafür mit verantwortlich, wie die Szene gewohnt ist. Wie viele Leute heute Rap machen, wie viele Künstler überhaupt motiviert waren, das zu machen. Da kann man sagen, was man will. Man muss ihn dafür respektieren, was er für eine Dynastie hingelegt hat. Und jetzt ist es für mich, ist für mich alles hochgekommen. Es ist alles rausgekommen. Er ist erwachsen geworden, genauso wie wir, die das von Anfang an miterlebt haben. Seine Musik ist erwachsen geworden. Man sieht einfach, wie der ein Thema beleuchtet, was ihm so, so unglaublich viel bedeutet, dass er sich eben Jahre Zeit gelassen hat, bis er überhaupt das Thema anspricht, bevor er überhaupt seine Kinder ins Rampenlicht irgendwie rückt, bevor er, er versucht sie zwar immer noch so ein bisschen zu verstecken, nicht komplett porträtmäßig darzustellen, aber man sieht, man sieht seine Kinder, man sieht so viel von ihnen schon. Das ist das Intimste, Persönlichste. Es ist auch ein gewisses Risiko, wie ich vorhin schon gesagt habe, aber wie er sich als Künstler entwickelt hat, an welcher Stelle er jetzt angekommen ist. Es ist schon lange so, aber vor allem nach diesem Song müsste eigentlich nichts mehr kommen und er würde so unendlich in die Geschichtsbücher eingehen. Und ich sage es noch einmal, ich bin, was die Musik angeht und was den Künstler angeht und wenn ich so Reaktionen auf solche Videos mache, da geht es mir vor allem um das, was ich gerade sehe. Es geht mir um die Musik, es geht mir um Musik als Stilmittel und ich bewerte das, was ich in dem Lied sehe. Mir ist völlig egal, was er außerhalb für ein Mensch ist, ob er wirklich der tollste Papa oder die beste Vorbildfunktion. Das, was man hier sieht, so wie es rüberkommt, das ist pure Hingabe, Leidenschaft und vor allem merkt man das erste Mal seit langem wieder, dass er zurück zu seinen Wurzeln kommt, was komisch klingt, weil so ein Thema natürlich damals nie ein Thema war, aber er hat sich trotzdem weiterentwickelt und das ist ein Spagat. Ganz ehrlich, wer schafft das? Ja, wer schafft das? Das ist kein Arschkriechen, das ist kein Fanboy-Dasein, es gibt übel viele, die ich auch geil finde oder sogar besser finde und ich bin aber mit ihm groß geworden. Und nichtsdestotrotz hat mir seine Musik immer gegeben, hat jedem Album mal eine Chance gegeben, auch wenn mir viele Sachen nicht gefallen haben, aber das ist für mich so ein Level, so ein Abschluss einfach auch irgendwie, wo alles wieder hochkommt, die ganzen Emotionen, die ganzen Erinnerungen. Wie viel, muss man ehrlich zugeben, wenn man aus der Generation kommt, wie viele seiner Songs einem selbst auch irgendwie beim Großwerden geholfen haben, Sachen zu verarbeiten, so krass die auch waren, so direkt die auch waren. Er ist immer noch ein Sprachrohr der Jugend, in meinen Augen auch und es gibt bestimmt viele Leute, die dieses Video vor allem positiv berühren werden und ich denke, man hat es bei mir gesehen. Ich hätte eigentlich gar kein Review machen müssen, ich hätte jetzt gar nichts analysieren müssen, ich hätte gar nichts zu dem Video sagen müssen. Ich glaube meine Reaktion, nachdem ich das gerade das erste Mal am Stück gesehen habe. Was für eine größere Auszeichnung braucht ein Künstler, als dass Leute sich seine Musik anhören, die es schon seit 15 Jahren tun und einfach wortlos sich das anhören, Gänsehaut bekommen, weinen, ich glaube eine größere Auszeichnung würde es für mich als Künstler nicht geben, ich glaube auch für ihn nicht. Wenn man ihn mit seinen Jungs sieht, mit Arafat, mit Ali, mit Shindi, mit wem auch immer, er haut da halt auf die Kacke, da ist er aber unter seinen Jungs, ja, wenn man ihn mit seiner Familie sieht, es hat schon einen Grund, warum er die so ein bisschen geheim gehalten hat und warum er versucht hat, die zu schützen. Ich glaube halt wirklich, dass er ein sehr emotionaler, sehr leidenschaftlicher Familienvater ist und das, was wir da sehen, das ist, ganz ehrlich, was soll man dazu noch sagen, was soll man dazu noch sagen? Es ist ein unglaubliches Video geworden. Wenn euch das Video gefallen hat, tut mir den Gefallen, gebt mir einen Daumen hoch, kommentiert, welche Stelle für euch die krasseste war oder was ihr überhaupt über dieses Video denkt, wenn ihr nicht sogar schon unter seinem Video eins von diesen drei Millionen Kommentaren rumgeknallt habt. Bis dahin lasst die Werte fleißig wachsen, wenn dem nicht so ist, abonniert wenigstens meinen Kanal, damit ihr immer einen sehen könnt.